Was hast du denn da mitgebracht mit Pizza? Willst du das hier in der Buchhandlung essen? Ich meine, was meinst du, wie das riecht? Ist ja keine Pizza. Ist keine Pizza? Ist ein Herzensbrecher-Filderflüge. Kleine Ritter-Eule. Und was hat die jetzt mit dem Pizzakarton zu tun? Das wird nicht verraten. Das müsst ihr selber lesen. Oh.